Fiat Ponto, mein Gott, mein Gott. Aber alles, was südlicher liegt, oder in den Städten... Ach, ich hab noch nicht ganz begriffen, dass ich Schaden drücke, aber das ist okay. Was war das denn gerade? Es tut mir leid, es wird mir verzeihen. Es wird mir verzeihen. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Batsch, weggeklatscht. Oh, Digger! Ich dachte, der ist doch noch unsichtbar, der lernt ja dazu. Hey, das ist wirklich sehr... Komm, Lauf! Ich hol den Tipp. Wo's er? So sieht das aus, wenn man wieder Botlane gewinnt, Junge. Ich glaub, wesentlich besser jetzt, oder? Gut, man kann auch ein bisschen verlieren, Botlane. Ja, du bist tot. Wir hätten richtig keines sein. Alter, wie er noch es kämpft. Nein! Nein! Hahaha! So schlecht! So schlecht! Ich hab die beide mit der Ulti bekommen! Es rufen mir echt leid. Und ich mag Stats und wollte schon vorher die Ulti draus machen. Es rufen mir echt leid. Äh, nein! Es kämpft! Bitches! Oh mein Gott, was echt? Tim! Nicht den Falten, Leuten! Nicht allen, um mich umschuldet gegeben hab! Nur nicht mir! Tim, arbeitest du etwa um? Wenigstens Assists, würde ich sagen. Tim, komm rüber! Ja! Gutes Abbild, dass du liebst! Hast du überlebt? Ja, natürlich hab ich überlebt. Wer werde ich denn, wenn ich nicht überlebt hätte? Du Kecke! Hahahaha! Was war das denn für ne Lache? Ich würde heute 1, 7, 2, Junge. Wie konnte denn so gefiedelt werden? War echt Ey? War de Oależlio! War den zweistestser! Ich will den Er Graphen! Heute läuft doch ein Stern, das ist okay. Lauf nach oben, loss nach oben, wenn's geht. Rosa Kommt, wie klingt's ab, du Nutte? Dein Aiming Hast du das gesehen, Tim? Hast du das gesehen? Oh mein Gott What the heck? Crystal, du Nutte, hör auf! Toll, es leben die beiden scheiß Tanks wieder, er hat sich ja voll gelohnt hier die ganze Ich hab mal Geld Dein Name Dein Name Dein Name Das ist eine Bleib hier an, da kommt Oh mein Gott Nein! Ich kann die Schutzschild geben! Warum läufst du weg aus meinem Ranch gelaufen? Ich kann die Schutzschild geben können. Ach ja, easy, 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 easy. Wir haben jetzt 10 Uhr und ich denke, es wäre irgendwie schon 12, schon um 4, 5 Uhr, weil ich heute früh aufgestanden bin. Aber wir haben es gewonnen. Easy, GT!